In diesem Video geht es um Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen. Beim Addieren von Dezimalzahlen werden jeweils gleiche Stellenwerte addiert. Diese beiden Zahlen haben zusammen 3 Hundertstel, 5 Zehntel und 2 Einer. Beim schriftlichen Addieren musst du deshalb darauf achten, dass du Komma unter Komma und gleiche Stellenwerte untereinander schreibst. Wenn du möchtest, kannst du fehlende Stellenwerte mit Nullen auffüllen. Die Addition funktioniert dann genau gleich wie die Addition von natürlichen Zahlen. Das Komma der Summe kommt dann wieder direkt unter das Komma der Summanden. Auch bei der Subtraktion werden gleiche Stellenwerte subtrahiert. Pass besonders gut bei Zahlen ohne Komma auf. Wenn du ein Komma und Nullen als Kommastellen ergänzt, dann weißt du genau, wie du die Zahlen untereinander anschreiben musst. Am einfachsten multiplizierst du Dezimalzahlen, indem du zuerst alle Nullen und das Komma weglässt. Aber fangen wir am besten gleich mit einem Beispiel an. Wir multiplizieren 0,3 mit 0,4. Rechne zuerst 3 mal 4 und schreibe das Ergebnis, 12, an. Die beiden Faktoren haben je eine Kommastelle. Das Ergebnis hat deshalb 2 Kommastellen. Die Lösung ist 0,12. Beim zweiten Beispiel multiplizieren wir 0,5 mit 0,04. 5 mal 4 gibt 20. Diesmal haben wir insgesamt 3 Kommastellen. Die letzte Kommastelle ist 0. Sie sollte deshalb weggelassen werden. Das Ergebnis lautet deshalb 0,02. Beim dritten Beispiel multiplizieren wir 20 mit 0,04. 2 mal 4 gibt 8. Die 0 von 20 kommt hinzu. Dann setzen wir beide Kommastellen von 0,04. Das Ergebnis lautet also 0,8. Besonders schnell geht die Multiplikation mit 10, 100 oder 1000. 0,04 mal 10 gibt 0,4, weil das Komma einfach um eine Stelle nach rechts verschoben wird. Bei der Multiplikation mit 100 verschieben wir das Komma um zwei Stellen nach rechts. Wir erhalten die Zahl 4. Bei der Multiplikation mit 1000 verschieben wir das Komma um eine dritte Stelle nach rechts und hängen deshalb noch eine 0 an. Das Ergebnis lautet 40. Wir dividieren erst einmal Dezimalzahlen durch natürliche Zahlen. Die erste Aufgabe lautet 1,2 geteilt durch 4. 12 durch 4 gibt 3. Die Lösung ist deshalb 0,3. Die Anzahl der Kommastellen des Dividenden wird für das Ergebnis, also für den Quotienten, übernommen. 8 durch 4 gibt 2. 0,8 durch 4 gibt deshalb 0,2. Bei der Division durch 10 musst du nur das Komma um eine Stelle nach links verschieben. 0,5 durch 10 gibt 0,05. 0,5 durch 100 gibt 0,005. Komplizierter wird es, wenn durch eine Dezimalzahl dividiert wird. Wir müssen für solche Aufgaben eine Ersatzaufgabe erstellen, die dann berechnet wird. Ziel ist immer, dass der Divisor kein Komma mehr hat. Beim ersten Beispiel müssen Dividend und Divisor mit 10 multipliziert werden. Aus 1,5 durch 0,3 wird 15 durch 3. Das Ergebnis 5 gilt dann für beide Aufgaben. Beim zweiten Beispiel müssen Dividend und Divisor mit 100 multipliziert werden. Aus 0,8 durch 0,02 wird 80 durch 2. Das Ergebnis ist 40. Wichtig ist, dass du Dividend und Divisor immer mit der gleichen Zahl multiplizierst. Das Ergebnis der Ersatzrechnung entspricht dann genau dem Ergebnis der ursprünglichen Aufgabe. gewinnen und Divisor-Jörg Geniever